Alle haben sich verändert. Willkommen Sommerpraktikantin. Welche bist du? Dress for success oder Verzag und Versag. Ich hätte aufs College gehen sollen. Denk nicht an das Leben und die Loser dort, sondern fang an hier zu leben. Das ist nicht die High School. Ich will keinerlei Rahmen. Nicht mehr so wie früher. Jenna, wir wissen doch, wie das ausgeht. Awkward. Die neuen Folgen. Ab Montag, 21.30 Uhr bei Nick Knight.